Von meinem Sponsor Z-Banks habe ich einen 3D-Drucker-Typ Genius Pro der Firma Artillery 3D erhalten. Das maximale Druckvolumen beträgt 22x22x25cm, das Gerät selbst hat die Abmessungen 43x39x59cm. Der Genius Pro ist die kleinere Version des Sidewinder X2 der gleichen Firma, den ich bereits getestet habe. Wer also weniger Platz auf seiner Werkbank hat oder etwas Geld sparen möchte, greift zum Genius Pro. Im Gegensatz zu so manchem Mitbewerber hält Tellerys sich an die Vorgabe der Lizenz der verwendeten Firmware Marlin und verlinkt den Quellcode der abgeänderten Version direkt auf der Herstellerseite. Das ist vorbildlich und ganz im Sinne von how open is this gadget? Auch der Genius Pro wird fast vollständig montiert geliefert. Von allem was drinnen ist im Paket, gibt's hoch aufgelöste Fotos auf der Webseite. Lediglich Grundplatte und Rahmen müssen miteinander verschraubt... ...ein paar Kabel eingesteckt... ...und der Filamenthalter muss montiert werden. Im Innern des Sockels ist das gleiche Netzzahl wie beim X2 mit einem maximalen Ausgangsstrom von 8.5A bei 24V verbaut... ...der Touchscreen-Controller ist identisch... ...und auch das Mainboard lässt keinen Unterschied erkennen. Auf dem Mikrocontroller Typ SCM32F läuft, wie bereits gesagt, die Firmware Marlin. Die aufgesteckten Schrittmotortreiber können bei Bedarf schnell ausgetauscht werden, sehr gut so. Über Flachbandkabel ist die Elektrik der Achsen sehr sauber mit dem Mainboard verbunden. Und auch der Direktextruder mit seiner Getriebeuntersetzung von 3 zu 1 macht einen sehr robusten Eindruck und ist im Fall der Fälle recht einfach zu zerlegen. Wie schon beim Sidewinder X2 habe ich auch beim Genius Pro nichts wirklich zu meckern gefunden. Das Spiel der Kunststoffrollen, die als Führung längs der Achsen dienen, kann über Exzentermuttern justiert werden. Die Riemenspannung der X- und Y-Achse wird durch Verschieben der Umlenkrollen eingestellt. Beides lässt sich bequem erledigen, womit der Genius Pro sehr schnell einsatzbereit ist. Alle Achsen laufen schön geschmeidig, die Mechanik ist sehr robust. Die beiden Spindeln der Z-Achse sind über einen Zahnriemen gekoppelt, womit die beiden Enden der X-Achse auch im ausgeschalteten Zustand nicht asynchron bewegt werden können. Die Mechanik des Druckers muss somit eher selten justiert werden, was allerdings recht einfach gelingt. Die Auto-Level-Funktion vermisst das Druckbett mit einem Raster von insgesamt 25 Punkten. Dank der großen Handräder an den Stellschrauben des Druckbetts kann bei Bedarf schnell nachjustiert werden. Der Z-Offset des verwendeten Höhensensors wird nach der Papiermethode in der Mitte des Druckbetts per Touchscreen justiert, anschließend nicht vergessen, diesen Wert auch zu speichern. Das mit 230V Netzspannung betriebene, sehr leistungsstarke Druckbett heizt auf 100 Grad Celsius in nur 3 Minuten... ...und erreicht 130 Grad Celsius nach 6 Minuten, was der erzielbaren Maximaltemperatur entspricht. Die Umgebungstemperatur in meinem Videostudio betrug zum Zeitpunkt der Messung etwa 24 Grad Celsius. Der Touchscreen spricht gut auf Eingaben an und somit ist ein erster Druckauftrag von MicroSD-Karte oder wie hier von dem beiliegenden USB-Stick schnell gestartet. Der erste Test besteht in der Prüfung der automatischen Level-Funktion. Gedruckt werden 16 über das Druckbett verteilte Scheiben mit einem Durchmesser von je 50mm. Die Schichthöhe beträgt 0,2mm, die Druckgeschwindigkeit ist auf 15mm pro Sekunde gesetzt. Alle Scheiben haften gut am Druckbett. Mehr zum Testverfahren und Bilder in hoher Auflösung vom Ergebnis gibt's auf der Webseite von HowOpenIsThisGadget. Nächster Test ist das obligatorische Benji. Auch hier findet ihr alle Angaben zu den verwendeten Druckeinstellungen und hoch aufgelöste Fotos des Ergebnisses auf der Webseite. Hier der Druckvorgang in bewegten Bildern und mit Tonspur, sperrt Ohren und Augen auf und urteilt selbst. Das ist die erste Test. Das ist die erste Test. Das ist die zweite Test. Jetzt wird die erste Test-Tonsur. Das ist die erste Test-Tonsur. Nach etwa 90 Minuten. Nach 10 Minuten ist das 3D Benji mit einer Druckgeschwindigkeit von 30mm pro Sekunde fertig. Beim nun folgenden Benji Geschwindigkeitstest geht's nicht darum, gut aussehende Ergebnisse zu erzielen, damit sollen lediglich die Schwachpunkte, die jeder 3D Drucker hat, deutlich gemacht werden. Worauf es hierbei ankommt, ist ebenfalls auf der Webseite von How Open Is This Gadget nachzulesen. In diesem Video gilt es wieder, Augen und Ohren aufzusperren. Das zweite Benji wird mit 60mm pro Sekunde gedruckt. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020 ...und ist nach etwa 45 Minuten in der Hälfte der Zeit fertig. Das dritte Benji wird mit 90mm pro Sekunde gedruckt... ...und ist nach etwa 45 Minuten in der Hälfte der Zeit fertig. Benji Nr. 4 wird mit 120mm pro Sekunde und noch höheren Beschleunigungswerten gedruckt, was definitiv außerhalb der vom Hersteller empfohlenen Werte liegt. ...und ist nach etwa 45 Minuten in der Hälfte der Zeit fertig. Prinzipiell aber auch noch geht und nach etwas mehr als 20 Minuten beendet ist. Um große Objekte schnell zu drucken, muss möglichst viel Kunststoff pro Zeiteinheit extrudiert werden, was hier getestet wird. ...undel aus den Hälfte der Laufaufanwohneniram ...und Shopping ...undasen ...undasen ...bis zum offensichtlichen Überschreiten des Limits. Erneut gilt, die Webseite von HowOpenistThisGadget liefert alle Zahlen und Hintergrundinfos zum Testverfahren sowie hoch aufgelöste Fotos der Ergebnisse. Mit dem noch für gut befundenen maximalen Materialdurchsatz wird als letzter Test ein möglichst großes 3D-Bench hier angefertigt, dieses sollte möglichst schnell gedruckt werden und dabei auch gut aussehen. ... ... ... ... ... Vielen Dank. Mit diesem Video habe ich euch den Artillery Genius Pro in bewegten Bildern und mit den von diesem Gerät emittierten Geräuschen gezeigt, für Menschen mit Augen und Ohren fürs Detail. Wie offen der Genius Pro ist, alle Angaben zu den Testverfahren sowie Bilder in hoher Auflösung von dem Gerät, dessen Innenleben und von den erzielten Testdruckern findet ihr auf der Webseite von HowOpenIsThisGadget. Somit könnt ihr euch ein eigenes Bild von dem Drucker machen, ohne dass euch irgendjemand dabei etwas vorquatscht. In diesem Sinne, danke fürs Angugge und bis bald! Vielen Dank.